Der Internetgigant Facebook gerät wegen millionenfachen Datenmissbrauchs für politische Zwecke auch in seinem Heimatland unter zunehmenden Druck. Jetzt wollen die Handelskommission und Generalstaatsanwälte von 37 US-Staaten wissen, welche Konsequenzen der Internetrise aus millionenfachen Missbrauch privater Daten für politische Werbung zieht. Zudem wollten die Generalstaatsanwälte wissen, welche Konsequenzen Facebook daraus ziehe, dass private Daten von Millionen seiner Kunden missbraucht worden seien.